Boss Deluxe Boss Deluxe In Berlin, und die haben mich angerufen, ich habe gesagt, keiner tut die was, bis ich komme. Ich bin Samstag oder Sonntag da. Ach, Entschuldigung. Ich meine das ernst. Ich habe noch nie jemandem was angetan. Doch, doch, du merkst es. Nein, nein. Das ist ein Basis. Manche Menschen tun es weh, aber du merkst das nicht. Guck mal, manchmal... Ich habe niemandem wehgetan. Guck mal, manchmal. Leute, das ist Quatsch. Ihr redet mit mir Quatsch? Ich meine, das ist echt, du redest Quatsch? Nein, aber ich glaube das nicht. Dann hör nicht auf jeden. Ich bin auch kein kleines Kind, ich bin 29 Jahre alt. Warum soll ich eben nicht mehr Menschen haben? In Berlin, die Leute, einer, die den sehr gut kennen, du hast ihm wehgetan. Lass mal, ich rede mit dir. Egal, lass mal, ich rede mit dir. Lass mal, ich rede mit dir. Lass mal, ich rede mit dir. Also vorsichtig, bis ich komme, wenn ich das kläre, ja? Warum machst du hier Kopf, ja? Ich mache mir keinen Kopf, ja. Ja, aber reden nicht so. Weil im Endeffekt schade auch manchmal die Menschen, aber ich merke das nicht. Ich habe mir hier Sarah Pecker ein paar Wörter gesagt. Alle seine Verwandten hier haben mich angerufen. Aber was ist, wenn ich dir sage, dass ich mein Kreis klein ist und ich habe nur zwei Freundinnen und das war's? Es gibt auch Menschen, die lieben dich sehr. Und du guckst sie nicht falsch, du guckst sie nicht an. Und das berührt diese Menschen. Und diese Menschen sind krank. Hast du schon? Ja, dann rufe ich die 110 an. Was sollen die Menschen machen? Bushido war auch da. 110. Bushido ist Ende nach Nardomabkommen. Hä? Du kannst doch nicht mit mir mit Bushido vergleichen. Die können dir nicht helfen. Kannst du mich bitte beschützen, aber ich meine das ernst. Das habe ich schon gemacht, bis ich komme. Dankeschön. Dann bringe ich zu dir und danach redest du mit dem kurz. Und danach erklärst du, Mann, dieses verliebt man dich. Ich habe sogar deine Bilder in seinem Moment gesehen. Boss Deluxe